Ich will etwas tun, ich weiss, wie das funktioniert und ich kann es auch und trotzdem geht es nicht. Heute geht es um die Frage, was ist exekutive Dysfunktion? Das, was die Simone ständig immer wieder erwähnt in den Videos. Exekutive Dysfunktion sind grundsätzliche Differenzen in den Prozessen unserer Brains. Diese Prozesse sind Gedanken und Aktivitäten zu steuern, Aufgaben zu priorisieren, zeiteffektiv und effizient zu managen und Entscheidungen zu treffen. Also, dass es schwer ist für uns, Dinge auszuführen, die sehr wohl, ganz verständlich in unserem Brain herumschwirren. Ist exekutive Dysfunktion gleich ADAS? Nein. Exekutive Dysfunktion kann sowohl bei ADAS als auch bei Depressionen oder bei Angststörungen vorkommen und auch bei Autismus und ich nehme mal an, bei vielen anderen Dingen auch, zum Beispiel auch Burnout. Das heisst, es sieht von aussen gleich aus, aber die Gründe, wie das dazu kommt, sind oft unterschiedlich. Ich gehe heute in dem Video natürlich vor allem auf ADAS ein und auch ein bisschen noch auf Autismus. Und mir nochmals ganz wichtig, es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht wissen oder nicht wollen oder uns irgendwie verweigern. Da kommen sehr oft moralische Statements, sondern es ist wirklich so, dass wir wie gegen eine unsichtbare Wand rennen teilweise und es einfach nicht geht. Gibt es Wege, damit umzugehen? Klar, auf jeden Fall. Wir sind nicht verloren. Wie zeigt sich nun exekutive Dysfunktion bei ADASlerInnen? Ich verwende dazu die Definition von Russell Barclay, weil ich finde, er hat einfach echt seinen Shit Together, wenn es um ADAS-Forschung geht. Er teilt das Ganze in verschiedene Bereiche auf, und zwar die folgenden Self-Awareness, also das Bewusstsein darüber, was wir brauchen, wie wir funktionieren, wie wir emotional reagieren und so weiter. Impulskontrolle, also die Fähigkeit, unsere Reaktion auf Dinge zu regulieren, Sachen auch aufzuschieben auf später und generell einfach ein bisschen zu schauen, wann das Timing welcher Entscheidung das Richtige ist. Dann das nonverbale Kurzzeitgedächtnis, die Fähigkeit, Informationen zu behalten. Dann das verbale Kurzzeitgedächtnis, die Fähigkeit, mit uns in einen Innenmonolog zu gehen. Dann die emotionale Regulation, also die Fähigkeit, die vier gesagten Funktionen zu nehmen und unsere Reaktion darauf zu steuern und einzuordnen. Also hier geht es um emotionale Reaktionen. Dann die Selbstmotivation, wie wir uns ohne externen Druck motivieren. Und er sagt auch noch Planung und Problemlösung. Beim Planen muss ich sagen, bin ich einverstanden, aber bei der Problemlösung habe ich seinen Punkt nicht ganz verstanden. Also ich finde eher, dass wir ADASlerInnen nicht so schlecht sind beim Problemlösen. Aber vielleicht geht es darum, dass wir manchmal ein bisschen einen Tunnelblick aufhaben können in bestimmten Situationen. Was ist der Unterschied der exekutiven Dysfunktion bei ADAS zu Autismus? Es kann wirklich sehr, sehr ähnlich aussehen von außen, aber die Gründe sind ziemlich unterschiedlich. Natürlich, wenn man beides in sich vereint, ist es relativ schwierig, diese einzelnen Dinge einer Condition quasi zuzuschreiben. Muss man aber eigentlich auch nicht. Also während eben bei ADAS diese Impulskontrolle etc. zum Tragen kommt, ist bei Autismus eher im Zentrum, dass AutistInnen, wenn sie so total in einem Hyperfokus sind, mehr damit haben, Tasks zu switchen oder eher halt rigide im Denken sind und oft sehr starke Routinen brauchen. Und wenn das irgendwie aus der Rolle fällt, dann fällt es vielen AutistInnen schwer, sich Situationen anzupassen. Und das kann sich dann halt auch zeigen in zu spät irgendwo anzufangen oder völlig blockiert zu sein oder eben auch Konzentrationsschwierigkeiten. Denn wenn man mal hyperfokussiert ist auf ein Thema, das einen interessiert, ist es unglaublich schwer, sich auf etwas zu konzentrieren, was gerade überhaupt nicht im Interessensfeld liegt. Und auch Dinge wie Reizüberflutung, Overloads etc. können natürlich dazu beitragen, dass der Fokus nicht mehr möglich ist oder dass man emotional und impulsiv reagiert. Also bei Autismus geht es mehr um die Anpassung an die Veränderung von Situationen und sensorischen Eindrücken, während bei ADHS eher eben diese Schwierigkeiten mit der Selbstregulierung und mit dem Gedächtnis zum Tragen kommen, verkürzt gesagt. Und was kann man tun, um die Situation zu verbessern? Ich glaube, ich spreche sehr, sehr häufig über diese Geschichten. Für mich ganz wichtig als erstes, das Umfeld möglichst an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, sowohl im normalen Leben als auch im Arbeitsleben, soweit es möglich ist. Und dann gibt es auch therapeutische Massnahmen wie angepasste kognitive Verhaltenstherapie. Für ADHS gibt es Medikamente verschiedene. Und ich finde, für beides oder eben wenn man beides in sich vereint, ist es sehr, sehr wichtig, Selbstregulationstechniken zu lernen, aber eben für das eigene Wohlbefinden und nicht für die Produktivität oder so. Ist mir immer sehr, sehr wichtig zu sagen. So, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick in die Definition gegeben und euch ein bisschen geholfen, das zu verstehen. Denn natürlich ist es viel, viel komplexer noch, als ich das jetzt dargestellt habe, aber das ist ja auch nicht der Sinn eines kurzen Videos, hier so tief einzutauchen. Also wenn euch das Thema interessiert, googelt gerne nach exekutiver Dysfunktion. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Quellen dazu. Wenn du magst, hat es hier noch mehr Videos zum Thema. Und wenn du noch mehr Infos möchtest zum Thema ADHS und Audias, dann abonniere doch gerne meine Newsletter. Du findest das alles unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen.